ja hallo mein fahrregler ist heute kommen der da das ist fahrregler und empfänger in einem hier habe ich mein brashless motor und jedes getriebe und jetzt wollte ich mal zeigen wie schön dass dieser brashless motor das getriebe antreibt so es ist noch nichts eingestellt aber ich würde sagen das ist doch schon ziemlich langsam das ganze aber vielleicht kommen wir dann auch noch langsamer machen wie gesagt es gibt noch eine app mit der app kommen dann auch noch sachen einstellen aber wie gesagt ich bin jetzt schon zufrieden mit der reaktion hier noch mal kurz dann diese vollgas also über kraft oder irgendwas brauchen wir nicht reden und mein fingernagel sieht man jetzt auch schön wie groß der motto eigentlich ist also das ist wahnsinn der ist im endeffekt nicht größer als mein fingernagel also der ist kleiner als der finger selbst so soviel dazu